Thinglink ist ein fantastisches Tool, um interaktive Lerneinheiten zu gestalten. Meist wird es gebraucht, um statische Elemente, also ein Foto oder ein Plakat, mit interaktiven und multimedialen Elementen anzureichern. In diesem Fall zeige ich dir, wie du virtuelle Rundgänge gestalten kannst. Die Grundlage dafür sind 360-Grad-Bilder. Ich bin angemeldet mit meinem Google-Account. Es wäre auch möglich, einen Account mit E-Mail und Passwort zu erstellen. Hier wähle ich Create und habe die Übersicht über alle möglichen Funktionen. Da wähle ich 360-Grad-Image und kann hier das entsprechende Bild hochladen. Ich habe einen Ordner bereit gemacht und hier schon die entsprechenden Panoramen. So kommt es raus, wenn ich es von meiner 360-Grad-Kamera exportiere. Also diese Rundumsicht wird quasi auf ein zweidimensionales Bild im Seitenverhältnis 2 zu 1 aufgedehnt. Und allenfalls muss man da je nach Bildgröße noch die Größe anpassen. In diesem Fall funktioniert es aber problemlos. Und mit Continue ist jetzt dieses Bild schon in meiner Sammlung drin und kann bearbeitet werden. Wenn ich drauf tippe, so bin ich in dieser Voransicht, die automatisch so ein bisschen dreht. Und hier oben habe ich die verschiedenen Möglichkeiten. Zuerst einmal natürlich dieses Stiftsymbol für den Editor und der ist denkbar einfach gestaltet. Ich habe hier unter Settingsmöglichkeiten die Darstellung noch einzustellen. Meist ist aber die Standardeinstellung sehr brauchbar. Da kannst du einfach ein bisschen rausprobieren. Wichtig jetzt aber wäre, dass ich da noch diese Erweiterungen, diese Anreicherungen einbringe. Und dafür werden sogenannte Tags verwendet. Du siehst hier die verschiedenen Funktionen, beispielsweise Text & Media. Da kann ich das gleich direkt gestalten. In diesem Fall möchte ich nun noch ein Bild einfügen. So sieht dann dieser Informationspanel aus. Ich könnte auch noch eine Erzählstimme einfügen. Ich lasse das aber mal und mache das vielleicht separat. Du siehst, du kannst diesen Tag beliebig verschieben. Wenn du erneut draufklickst, so kannst du ihn noch anpassen. Beispielsweise möchte ich hier nun das Bild noch ändern. So gefällt es mir besser. Machen wir gleich noch ein weiteres Beispiel. Add Tag und diesmal eine Website. Da kopiere ich einfach die Adresse einer Wikipedia-Seite rein. Du siehst, es wird automatisch eine Vorschau angezeigt. Auch hier wieder das Icon ändern zu diesem Informationsbutton. Dann um vielleicht so zum Kirchturm. Ja, und jetzt soll die Reise natürlich weitergehen. Wiederum über einen Tag Flussabwärts. Und da wähle ich jetzt die Funktion Create Tour. Und wähle den Text Flussabwärts. Hier muss ich eine neue Szene erstellen. Ich kann aus bestehenden Szenen auswählen. Oder eben wieder ein neues Panorama hochladen. Und schon ist das eigentlich bereit. Ich wähle auch hier wieder dann. Und schließe mal diese Seite. Indem ich da auch wieder den Editor beende. Und das zumache. Und du siehst, in meiner Sammlung ist jetzt auch noch ein zweites Rundumbild bereit zur Überarbeitung. Über diese drei Punkte wäre eine weitere Möglichkeit, den Editor aufzurufen. In diesem Fall möchte ich mal noch eine Erzählstimme einfügen. Add Tag. Und diesmal Add Text and Media. Und in diesem Fall aber nur eine Audio-Datei, die ich hochlade. Die Fahrt ist sehr abwechslungsreich. In diesem Fall ändere ich auch wieder das Bild-Icon. Und so siehst du, haben wir diese Sound-Datei auch bereit. Und natürlich brauchen wir hier wieder einen Tag, der zurückführt. Zur vorhergehenden Szene. Und mit dann bin ich hier auch wieder fertig. Ja, wenn wir das jetzt nochmals anschauen. Ich gehe nochmals ins Erste rein. So kann ich hier die Elemente aufrufen. Mich zur nächsten Szene bewegen. Und da Audio-Datei aufrufen. Oder wieder zurückkehren. Zum Schluss doch noch ein Blick auf die Einstellung. Ich gehe wieder in den Editor. Wähle Settings. Wenn dir dieses automatische Drehen nicht behakt. Oder wenn du findest, die Anfangseinstellung sei falsch. Bei Advanced kannst du einerseits diese Rotation deaktivieren. Und du kannst auch einstellen, wohin man zu Beginn blickt. Set Initial Direction. Und jetzt ist das übernommen. Sprich, das kann hilfreich sein, wenn man zum Beispiel wirklich immer in Fahrtrichtung sich bewegen möchte. Wiederum dann, damit jetzt dieser Rundgang auch öffentlich sichtbar ist, muss ich da die Privatsphäreneinstellungen noch anpassen. Ich könnte es öffentlich sichtbar machen. Dann finden es alle. Ich wähle meist Unlisted. Dann kommen nur jene darauf, die den Link kennen. Und natürlich auch beim zweiten 360-Grad-Bild, auch hier Unlisted, Save. Und wenn ich jetzt wieder zum Anfangsbild zurückkehre, da kann ich mit Share diesen Einbettungscode verwenden. Mit dem kann ich es auf eine beliebige Webseite einbetten. Manchmal braucht man nur die entsprechende Adresse hier, die bei Source steht. Oder ich habe hier den Sharing-Link. Oder auch einen QR-Code. Wenn ich ein neues privates Fenster aufmache und diesen Code einkopiere, so sehe ich es, wie es für einen Gast ausschaut. Jetzt dreht es nicht mehr. Ich kann mich zur nächsten Szene bewegen und wieder zurück. Funktioniert also wunderbar. Eine weitere tolle Funktion, die vor allem auf Mobilgeräten gut funktioniert, wird über diese VR-Brille aufgerufen. Hier wird mir das Bild gesplittet. Und ich kann zum Beispiel mit einem Handy und einer VR-Brille dreidimensional mich durch das Bild bewegen. Ja, das wäre es für den Moment. Ich wünsche dir viel Spass beim Aufbereiten von eigenen Rundgängen. Ich wünsche dir viel Spass beim Aufbereiten von einer VR-Brille-Brille-Brille-Brille-Brille-Brille-Brille-Brille-Brille-Brille. Vielen Dank.